so dann los Berlant Bromann die Art der Mann abbrechen was schon angenommen wenn es um uns geht das stimmt zur Frustnummer Frustnummer wird er nicht machen da glaube ich für ihn über den Monding sein Prozent ja das schnee klar die ganzen einfrieren Ja, ich kann es mir zumindest nie vorstellen. Ich kann einen Frostnebel machen, der Schaden hinterlässt. Hm. Oder mich selber schützen mit Diamantenhaut. Tja. Noch mal Frostnebel. Wenn nicht, dann haben wir noch einen Versuch. Ich glaube, ich nehme die Uhr an mit. Die waren nicht so schlecht. So, Blizzard, meinst du, das geht? Wegen? Äh, Tja, Meteor? Hm. Ja, ich weiß nicht, wegen Feuer oder Eis halt, ob der so... Ja, ich weiß nicht, wie das hier geregelt ist, wie bei Pokémon. Ich weiß es ja auch nicht. Ne, einfach erstmal irgendwas mit. Ich habe mich auf ihren Gegner spezialisiert. Ach, ich glaube, der Dings ist mir zu langsam, der Meteor. Wenn der sich bewegt, dann ist das scheiße. Was mache ich hier? Ja, was hast du noch als Meteor? Blizzard. Genau, Blizzard habe ich jetzt. Ja, wenn du den Gegner mit einer ganzen Firma bekämpfst, ich glaube, gar nicht so schlecht. Hm. 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 So, ich bin drin. Ach, du, ein guter Eindruck. Oh, ich bin drin. Hm. 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 5 das ist nur gut probieren was das will ich hören in der Diablon und auch in den Boston und das ist Kostentorien ich muss mich an der um die 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 sie ist die Auffassung Ja blau Hallo Ich bin Legion Einfach auf Oh, der ist Akko, oder? Alter, ich bin gefangen Ich auch! Ah! Hab mich aufgespießt! Was ist jetzt runter? Huiuiui Effekt Haucherei Guck mal, ein Drang Cutsing Was ist denn los? Sehr schnell Wir sind weg Ich träume ich nicht Wo ist er hin? Oh ne Neee Nicht wir Peter Ach geil, Schattenklon Ich mach dich kaputt Hehehe Hehehe Oh, er hat mich wieder gefangen Oh, er hat mich wieder gefangen Oh Hehehe Na, Punkt hab ich nie ausgerüstet Punkt Gut Oh, ich Das ist nur Schatten von Diablon, ne? Wie ist denn? Ich weiß aber deswegen nicht mal ein Rücken wegmachen Das muss Das muss? Das war doch was Und jetzt ein Rücken nochmal Dieses abwärmliche Licht Muss ausgerüst werden Jetzt machst du aber nicht dunkel Hehehe Ich hab keinen geliebt zum Robor Ich hab keinen geliebt zum Robor Ich hab keinen geliebt zum Robor Ich hab keinen geliebt Schamier Ich hab keinen geliebt zum Robor Oh Ich geh nur gut AAAAAAAA Okay, ich hab keine Energie drauf Ah, ich bin gefeiert Ich bin verwundet, wir suchen uns mal ein Dingens. Ja, das ist wirklich geil. Noch ein bisschen! Wohan! Freier! Hau ihn weg, den Buster! Hau ihn weg, den Buster! Ach so, ist doch keine Tolle, der hat doch so gesehen. Ach, der putt die Hütte! Alter, nice! Perfekte Pose von der scheiß Uhr an. Noch nicht anquatschen irgendjemand, ne? Ne, ne, ich hab mich hüten. Vier gelbe. Hm. Paar Edelsteine. Nice, hab alles. Roar! Oh, übes neues geht's, ey! Hast du das Level bekommen? Hm. Der Tag ist gerettet. Auch nur 31, ne? So wie Thomas war. Hm. Inzirke, um das Spiel zu beenden. Nö, noch ne. Nö! Kannst du noch nicht auf der Reihe hören. Teleport! Kann ich hier nicht tun. Kann ich teleporten. Hm. Guck ich's mir mal Gegenstände an. Doch. Und der Erste ist Sindus. Und der Zweite ist Sindus. Und der Zweite ist Sindus. Na, Armbrüster haben wir auch anschauen. Und der Dritte ist... Puh. Öh, mach 100 Schaden weniger. Hm. Und nicht für mich dabei. Nicht. Hm. Hm. Oh, doch. Geil, na endlich. Äh, kompletter Reinfall. Ich hab was, was endlich was ersetzt, was ich schon seit, wie's ich wann habe. Seit Level... ...17. Okay. Und jetzt geil, sag ich so ein Knochen-Schädel in der Hand. Oh geil, zeichne mal her, zeichne es. Oh, cool. Und ich hab übelste WoW-Rüstung. Na gut. Äh... Ja. Na, dann war's das. Nice, ja. Sprecht mit Auriel. Ja. Ja. Kommt jetzt noch was? Kommt bestimmt noch was, oder? Hm. Komm. Jawoll. Ja. Ja. Wieder was zum Geilhoch. Am Ende war's ein stärkliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete. Und das oberste Übel für immer besiegte. Und das war's... Schönen... ... dass mein Leben verliebt hat. Ja. Ja. Wie ist denn der Steine? Ja. 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 es ist der anbruch eines neuen tages für engel und menschen denn die größten verteidiger der menschheit die nephalem haben sich erhoben um die finsternis zu bekämpfen der wir uns in unserem stolz nicht stellen wollten meine brüder ich nehme meinen platz unter euch wieder ein bürger alles wieder zu hause da der gerechtigkeit heute genüge getan wurde werde ich nun die weisheit vertreten für diejenigen die alles riskiert haben um uns zu retten für immer werden wir einander zur seite stehen engel und menschen im lichte dieses glorreichen neuen morgens da haben wir irgendwie die mega explosion gefehlt die war ja schon also Glückwunsch ein Mensch hat die epische gegenstände auch größer oder epische gegenstände das ist auch versprechen okay na das ist doch was geil dann machen wir dann Altraum weiter na klar cool ja haben wir noch irgendwelche Worte wir sind jetzt eigentlich am Ende unseres intermetzels play through intermetzels intermetzels okay tschüssi tschüss